Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Golf with Trent. Mit dabei natürlich das Team und zwar der Hitcher. Hallo. Der Leon. Hallo. Der Chewie. Hallo. Und der Ledwix. Willkommen. Willkommen. Okay. Das ist die zweite Map. Guck mal, wie es jetzt läuft. Ich fand das Twix-Russe. Oh Gott. Wir dürfen anfangen. Was? Okay. Oh nein. Okay. Nie Glück. Oh, ich bin durchgekommen. Oh, toll. Ah, okay. Ein paar. Ein paar. Boogie. Na? Alter, Chewie, du Sniper, du. Mein Twix, ich hab zu Hause auch ein paar Schuhe. Verstellst du? Boogie. Oh, oh, oh. Ich kann mal, wie man die Hall 1 schaffen kann. Ja, geht. Oh, oh. 4, 3, 2, 3, 3 und die 4. Oh nein. Lieblingsmap. Lieblingsmap. Erfolg. Ja, wieder mal. Auf jeden Fall kein Hole in One. Ja, wieder mal. Auf jeden Fall kein Hole in One. Ja, toll. Wir sind schon. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein, nein. Oh nein. Au und. Komm, 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 komm. Oh Gott, ey. Ich bin zu verkacken hier. Ja, 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 ja. Ich bin zu verkacken hier. Der Ompa. Ja, du bist für mich schon dritt. Es gibt sich. Boah, ey, der Hacker. Der Hackspiel rein. Das, das, das hier. Na, und, oh. Ja, ja. Komm, ja. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich wollte nur eins sagen. Ich spiele die. Also ich spiele die auch das ersten, zweiten Mal. Also ich kenne es auch noch nicht so gut. Ja, ich habe das Spiel eben erst funktioniert. Was? Was? Gut, dass du bei den ersten vier Aufnahmen dabei warst, ne? schade nicht ganz doch oder nice part Oh, nice, Pat. Wird's fix. Rollt wieder rüber. Naja, ein paar. Okay, ein paar haben wir auch geschafft. Ich fass. Oh, leider. Pech. Pech gehabt. In echtem Leiter, Radammer. Entblutet euch ruhig. Oh nein. Und das ist die... Ich sag's nicht. Ich hab's so langsam gemacht, oh Gott. Oh, ich auch. Ey, Schwul lag doch wieder, ne? Hab ich noch mal gefragt. Hab ich nicht gestern hier ein 14 gemacht? Oh, da geht der da voll drüber. Was ist das denn für ein Kack? Böser, böser Ball. Oh nein. Na, bleib doch mal liegen jetzt. Komm. Oh nein, das kann doch nicht sein. Die ist doch eigentlich total easy, oder? Eigentlich schon. Oh, danke. Oh, ja, toll. Bin ich wieder das Letzte? Was? Etwa, mach mal noch ein bisschen. Ich bin auch noch nicht fertig. Oh, mhm. Ihr seid gleich zueinander. Mir fehlt das Bier. Oh, ja, mach mal. Ich geh mal eben kurz einen Kaffee holen. Ich hab ja noch 50 Sekunden. Oh, Leute, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hasse diesen Lapp, ey. Du stehst doch sonst auch auf Hügel. Bist du schon fertig, oder was? Ja, ja. Kaffeemaschine läuft schon. Also ich kann es dir sagen, das ist ein 8 Versuch. Ja, ich bin jetzt schon beim 9. Wer? Nicht? Ne, 9, glaube ich. Mich schützt du. Oh, ich hasse es. Soll ich da was sagen? Das ist doch jetzt wieder diese Kacke da. Hab ich doch gestern auch verkackt. Ey, wie alles hinbekommen. Oh, ich auch. Okay, ich bin im Sand. Oh, toll. Oh, ich mach' ein bisschen zu. Oh, Gott. Nein. Kann ich so hin. Okay. Nice. Oh, Gott. Na, warum jetzt? Du hättest hier voll Polo rüber, oder was? Ja, toll. Warum gibt solche Minigolf-Maps eigentlich nicht in echt? Oh. Okay, noch ein Punkt. Äh. Oh nein. Aber wo geht's denn da? Wo? Oh, ich hasse die Minigolf-Maps. Ach, doch. Und dann... Muss ich gehen. Das hole in one. Ecker. Ne, ne? Ich hoffe, ein paar. Ja, der rollt natürlich drüber, ist natürlich klar. Ein paar. Oh. Oh, falsche Seite, glaub ich. Ja. Wie, falsche Seite? Oder? Ja, das sind die falsche Seite, genau. Okay, ich hab die ja noch nicht gespielt. Aber hier gibt... Hier kriegt man ja auch keine Tipps. Oh, jetzt hab ich's gut aufgeholt. Oh nein. Oh, ja, das ist ja wieder der... Mal kackt. Okay, hab's geschafft. Na, hab ich drüber geflogen worden. Nee, ja, ja, hattest du da. Ja, und wer hat's wieder geschafft? Na, tschui. Oh. Okay, ich hab drei Bohnen rein. Tuuu. Na, niemand gesehen. Oh, gut. Oh, nee. Ja, toll, ich flieg wieder direkt zurück. Oh, Mann. Ja, schon geil. Ja, und wieder. Die 14 ist wieder. Der hat... Der hat... Der hat... Der hat... Der hat... Er hat mich gesehen. Nicht ernst, oder? Ja. Oh. Aha, aha. Oh. Ah, jetzt hab ich einfach gescheit. Oh, fuck. Oh, Gott. Hier muss man voll Power, oder was? Nein, nein. Nicht mehr in Zug. Na, verdammt. Das kann nicht sein. Das ist... Das ist doof. Nein. Oh. Oh, da fall ich wieder raus. Ey, was weiß denn da für ein Müll? Wow. Gott, wir sind genau gleich geflogen. Boah. 17, ey, Boogie. Doppel Boogie. Ich fall zurück. Was ist schlecht? Alter, Chewie. 19, was ist mit dir? Ich bin gut drauf. Na. Oh Gott, hier muss man auch fest schlagen. Okay. Oh Gott. Alter. Ich bin schon durch, in der. Okay, ein paar. Morgen. Ich hab auch ein paar geschafft. Puste mal ihn bitte. Pfff. Pfff. Ich hab auch geschafft. Beginner-Patter. Oh Gott, was haben wir jetzt gemacht? Äh. Nein. Muss man da oben her? M-m-m. Wissen nicht. Oh, das hab ich das Cast gar nicht. Oh Gott, ey. Nein. Ich bin untergeflogen. Verdient. Okay. Oh, nein. Okay, ich bin draufgeblieben. Alles gut. Das bin ich runter. Ja, ich weiß. Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Warte, ist das ne Brücke? Oh, ich war, ey. Natürlich komm ich nicht hoch. Na, das hab ich nicht. Von hier unten, von hier unten, treff ich das jetzt. Oh, was? Ja. Alter, das gibt's nicht. Ja, Chewie. Ach, ja. Der, der Standschütze. Dein Kühl, ja, im Spiel komm ich nicht mehr ran, ey. Das ist krass. Ja, gestern stand ich auch so gut. Dann hab ich 2.14 da reingehaut. Ja, die letzten 3 Löcher hat er total verrissen. Aber jetzt ist das wieder mit diesem... Immer wenn ich Chewie da hier bei Steam gesehen hab, da stand auch immer Golf is Friends. Ich glaub der, ich glaub der, ich glaub der hat das auch. Oh, ich hab's geschafft. Nein. Ich hab zu früh gehüpft, ey. Ah, man kann doppelt hüpfen. Oh, gut. Ja. Das hab ich auch dann gecheckt. Ach, man kann ja. Ja, im Wasser kann man nützen. Okay. Einfach nur linke Maus, dass du so gehörst. Ja. Ja. Ja, ich bin eben, bin ich, äh, direkt da drüber, aber... Schwer, ne? Dann bin ich auf der Tolles und dann ist der runter. Du kannst ja bestimmt, wenn du in dieser Kurve bist, kannst du bestimmt da rüberspringen. Ja, das hab ich ja grad geschafft. Ich bin aber auf dem Holz gelandet und dann ist der vom Holz runtergesprungen. Ach. Ich hätte dann, äh, direkt doppelt springen müssen. Und je fester man ins Wasser glaub ich springt, je schneller, desto schneller schwimmt man, desto höher kann man springen. Ja. Back. Oh, Mann. Da, 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 da. Zwei zu richtig, ein Satz mit X. Nix. Ich glaub ich lieg immer noch hinten. Nee, oh, ja, oh, jetzt haben wir's geschafft. Oh, nein. Ist okay. Jetzt ist das mit der Brücke, ja. Okay. Oh, meine Lieblingsmatt. Was? Kann ich nicht. rausspringen. Kann ich nicht rausspringen? Kann man rausspringen? Kann man rausspringen? Ja. Gibt's doch nicht. Kann ich eh nicht mal aufholen hier. Ein Boogie. Ach Mensch, ey. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Warte. Jetzt warte. Jetzt warte. Du musst, dass du beschließen, dass die gerade ist. Dann volle Power. Gucken wir doch mal mit Juri zu, wie er sich langsam nach hinten kämpft. Ja. Ich dachte, der fliegt noch drüber. Ja komm, jetzt fällt noch irgendwie. Da kann ich noch irgendwie aufholen. Entschuldigung, das war ja gar nicht mal so gut. Ja. Ach dammit. Ach dammit. Schön. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, ich liebe diese. Oh, ihr kennt hier alle schon. Oh nein. Ich geh einmal im Kreis, ey. Toll. Hier hat Patoffs gefehlt. Nein! Kevin drüber. Nein! Puh. Ja. Geschafft. Oh, das ist doch jetzt wieder diese Kacke da. Oh, ich hab gleich hier 400 Schläge. Oh. Ich fall gar nicht im Kreis hier. Oh, warte. Ah, Pukki. Was zwickst denn jetzt? Ach da. Der ist noch am Start. Oh, ich hab noch ein bisschen getestet hier, wie das jetzt so funktioniert. Du, das ist kein Kreisverkehr, Gott. Oh ja. Oh ja. Rechts vor links. Oh, Tiff. Nur abwarten. Leute. Hä? Ist wirklich niemand gefahren von mir. Oh. Ja. Wie willst du dir eigentlich einen eins schaffen? Oh, schaffst du? Nee, kann nicht. Ich zeig dir das beim nächsten Mal. Ich kenn die nächste Mal den Web, ja. Ja, das wird, glaub ich, ja. Das ist ein eins, ey. Ich hab drei gemacht. Ich hab dreieinhalb gehabt. Ja, bei drei brauch ich auch keine. Ich brauch gar keine Freunde. Ich hab noch Feinde. Danke, Hedgehammer. Ja, bei mir hat's nicht. Ich hab ungefähr da gelegt, wie du liegst. Was? Hm, hm, hm. Schüsse, vier war zu stark. Beineinhalb. Ich bin aber auch ein bisschen schräg gefahren. Druck drei, null. Hä? Ja, ich bin auch da auf dem Holz gelandet und dann innen drin. Oh, doch nicht mehr. Ja, das sind die vierten, dann. Oh, Raze. Ich hab ne Augenschaft, ja wohl. Oh, nice. Oh Gott. Muss man hier voll Power? Ich weiß es nicht. Ich hab gefailed zum ersten Mal hier in der Formep. Du kannst sagen, das ist eigentlich deine Map, ey. Ja. Was? Oh, ich bin drin. Hä, was hab ich für ne Backe gehabt? Oh, jetzt muss man natürlich dieses Kackloch da hinten durch. Mhm. Hä? Ab wann landet man denn hier? Oh, ich hab's geschafft. Ich bin schon da drüben. Oh Gott. Nein. Ah doch. Ja, nice. Komm, komm, komm rein. Das kann ich sagen. Okay. Okay, fünf. Das ist geil mit den Läuschbällen jetzt. Oh, zu lange drüben fällt jetzt alles gut. Oh, ich hab drüben wahrscheinlich gleich überholt. Mein Gott. Nein. Oh, nein, nein. Der Pat, er hat mich total verwirrt. Ich dachte, der Pat wäre das Loch gewesen. Oh, das kann doch sein. Oh, das ist das, ja. Oh, das kann doch sein. Oh, das ist das, ja. noch nicht verriegen. Oh. So, man vielleicht. Oh. Oh, nein. Oh, nice. War ein nice Shot. Oh, ich hab doch noch 86. Ich hab doch nur 86. So. Leon. Die werden fliegen auch noch. Nein. Oh. Gibt's doch nicht. Ich fall komplett zurück. Ich roll auch zurück. Ach mein Gott. Jetzt hat der mich überholt. Oh, what? Du bist wieder am Start. Ich hab trotzdem viel. Das ist ja die blödeste Map, wo's... Scheiße. Nice, nice, nice. Ich hab schon überholt. So gut wie. Nein! Das gibt's nicht, ey. Jetzt um Eis kommt. Oh nein. Oh nein. Viel stop... Oh, das ist doch der Mist wieder, ey. Komm, komm, komm. Also das ist ja die blödeste Map, wo's... Okay. Du hast Hit-Shawo gemacht. Wollte ich machen, ey. Das kann nicht sein. Geh nicht hin. Boah. Okay, hab's nun bekommen. Mhm. Und ich hab ein paar... Oh, die sind so... Da kommen das alle hin, außer ich. Ich krieg das ja auch nicht hin. Achso. Äh... Du musst... Achso, da... Äh? Du musst auf die rechte Schräge. Und dann landest du auf so'n Blumentopf und... Ach, da muss ich drauf landen, okay. Komm, ja, ist... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Perfekt. Komm, mach mal eben meine Schiedsern voll. Das ist doch nicht wahr. Oh, nice. Da bin ich da geflogen. War zwar nicht so genau, äh... Ich dachte, du musst jetzt... Links rum. Wir machen die 14, komm. Das ist... Wo willst du überhaupt hin? Ich muss erst mal rück... Oh, es ist doch nicht... Loll? Achso. Guck, komm, roll wieder. Loll! Schaffst du ihn nicht in... Ey. Obwohl, doch. Kann das schaffen. Oh... Oh, jetzt noch nicht mehr. Kriegst du es drin? Bin drin. Ach, danke, Juno, dass du es gefailt hast. Das ist richtig fair. Jetzt mach ich mal einen Kunstschuss hier. Ach, ne? Das wär auch bespielt. So ne schlechte Idee wär das nicht. Können wir kurz irgendwie hinbekommen. Oh, nein. Was ist das? Chewy's Lieblingsman. Nein, nein. Nein! Okay. Ganz ruhig... Oh, jetzt roll der auch runter. Ja! Was ist denn los? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Wow! 1, 2, 3! Nice! Ich hab's auch ein 3. Ich hab ein paar... Oh, jetzt geh die letzte Map. Ah, den Pati musst du noch noch kriegen, gell! Einen Schlag! Oh Gott! Oh Gott, was ist hier los? Ich dachte, der ist noch mal. Ah, okay. Kann nicht sein. Und ich häng natürlich auch den Fuß fest. Der das hier? Nein! Blödes Ei. Nein! Schade. Nein! Oh! Okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Na! Warte! Leon mich noch überholt! Nein! Ja! Boogie! Hm! Schön! Nein! 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 Das war's wieder mal mit Golf with Friends! Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge seht! Ciao! Ciao, ciao! Ciao!